Mushte-Bhujangasana, die Kobra auf Fäusten. Elena zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Bauchentspannungslage. Advasana. Von hier gibst du Fäuste unter die Schultern. Und dann hebst du den Brustkorb erst etwas hoch und den Kopf nach hinten. Das ist schon eine einfache Variation von Mushte-Bhujangasana. Dann kannst du noch höher kommen. Das wäre jetzt die Grundstellung. Und Mushte-Bhujangasana kannst du besonders machen, wenn du die Arme ganz ausstrecken willst, fast auch durchhängen willst. Und von hier senkst du den Bauch nach unten. Mushte-Bhujangasana hilft insbesondere Bauch- und Psoasmuskeln stark zu dehnen, ohne dass du dabei die Rückenmuskeln zu stark nutzen musst. Eben wenn die Ellbogen ausgestreckt sind. Viele Menschen, die untere Rückenprobleme und Bandscheibenprobleme haben, haben eigentlich verkrampfte Psoasmuskeln und Oberschenkelmuskeln. Manchmal sind diese Menschen dann überflüssigerweise etwas zögerlich in die Rückbeuge und denken, sie müssen den Nabel am Boden lassen. Dann bleiben aber die verkrampften Psoas und bleiben auch verkrampfte Quadrizeps. Oft ist es da gut, etwas höher zu kommen und wirklich zu spüren, wie Quadrizeps und tiefe Bauchmuskeln gedehnt werden. Sind die tiefen Bauchmuskeln gedehnt, dann können auch nachher die Rückenmuskeln entspannen und dann können auch die Bandscheiben sich regenerieren. Aber passe auf bei all diesen intensiven Rückbeugen, dass im unteren Rücken angenehm bleibt. Nach Mushte-Bhujangasana gehst du typischerweise in die Bauchentspannungslage, Advahasana, vorbereitend dann zu Shalabhasana, Dhanurasana oder was auch immer für Rückbeugen du anschließend üben willst. Alle Informationen zu Bhujangasana und Variationen findest du auf wiki.yoga-vidya.de und in der Yoga-Vidya-App.